Einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Video Ich habe hier wieder was gekriegt bzw. geholt von Amazon Ich komme meine Kamera zu Hause. Ich weiß nicht ob ich im Vorunboxing oder gleich jetzt hier nahtlos ins Unboxing übergehen werde. Eigentlich wollte ich zu jedem Produkt einzelnen Unboxing machen. So und zwar habe ich hier drei Sachen. Alle drei Sachen sind von, ich hoffe ich spreche es richtig aus, Ezco. Das ist einmal in dem großen Karton ein HDMI Matrix 4 zu 2, also vier Eingänge an zwei Ausgänge mit optisch extra. In einem von beiden ist ein 1 zu 2 mit, ne der hat kein optisch und in dem, also in dem anderen ist halt ein 1 zu 1 mit Ausgang optisch und Klinke. Alle diese drei Geräte können 4K, 60fps und HDR. Ich würde sagen wir fangen mit dem kleinen einfach mal an. Und machen da jetzt einfach mal ein größeres Unboxing. So, ich habe die ja im Stream schon mal kurz gezeigt. Da haben wir einmal hier ein User Manual mit bei. Das ist der 1 zu 1 HDMI 2.2 Repeater. Wir haben auch Deutsch glaube ich mit bei, oder? Hoffe ich doch. Nee, alles in Englisch. Also keine deutsche Anleitung mit bei. Und hier haben wir dann noch, was für euch wichtig ist, die genaue Anleitung der Edit-Einstellung. Also dass man über die Edit-Steuerung sagen kann, was er kann, was er soll und was er nicht soll. Das legen wir mal da rein. Dann haben wir einen USB-Kabel. Den hole ich schon mal aus der Tüte raus, weil den brauchen wir ja. Das ist ein, ach Gott, ich verwechsel die immer Mini-USB zu USB. So und lang ist er eigentlich auch. Ich gucke mal nach. Wir machen das mal kurz auf. Fast 80 cm. So, wir kommen jetzt zum Gerät an sich. Und das ist alles für PS4, PS4 Pro, PS5. Weil viele gefragt haben, zeig doch mal ein paar Sachen, die wir für unsere PS4 brauchen könnten. Beziehungsweise PS5. Weil die PS5 ja keinen optischen Ausgang hat. Auch die PS4 Slim hat keinen optischen Ausgang. Aber viele haben halt dann, so ist das Gerät hier. Ich mache aber dann nochmal ein Hardware-Video zu jedem Gerät einzeln. Und hier haben wir praktisch die Edit-Steuerung. Hier haben wir den Eingang. Hier ist das für Strom oder Power. Hier haben wir den Ausgang. Also das HDMI geht euch nicht verloren. Ihr macht hier den HDMI von der PS4 oder PS5 rein. Hier macht er den HDMI wieder raus zum Fernseher. Und hier haben wir dann einen optischen und einen Klinke-Anschluss. Also könnt ihr dann praktisch einen 3,5 mm Klinke rein machen. Ihr könnt aber auch einen Adapter kaufen. Das nennt sich Cinch Adapter glaube ich. Y-Cinch. Irgendwie keine Ahnung. Dann macht er hier einen Klinke-Adapter rein und kommt auf zwei Cinch. Links und rechts. Rot und weiß. Und damit habt ihr dann praktisch die Möglichkeit an der PS4 Slim, die jetzt keinen optischen Ausgang hat. Wenn ihr den zur Anlage peitschen wollt, habt ihr hier einen optischen dran. Den könnt ihr ganz normal abgreifen. Bild und Ton kommen rein. Bild und Ton gehen raus. Bevor sie aber rausgehen, wird der Ton abgegriffen. Und über optisch rausgegeben. Der Vorteil hier dran ist bei dem, im Gegensatz zu vielen, 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 sehr vielen, ganz vielen, extrem vielen anderen bei Amazon. Dieser kann 4K HDR 60 FPS. Viele andere stehen immer, müsst ihr immer nur kleine drucken gucken, deswegen sage ich, gib da bitte 8. Die können das gleiche. Die können aber kein 4K 60 FPS. Die können dann halt nur 4K 30 FPS. Der kann 60 FPS. Machen wir mal wieder da rein. Dann kommen wir zum nächsten Kleinen. Der sieht eigentlich fast so aus, bloß dass was anderes draufsteht. Auch hier haben wir wieder ein USB-Kabel. Der sieht genauso lang aus, den wir nicht auspacken. Und hier so ein Umschaltwerkzeug. Der sieht irgendwie ein bisschen aus wie von Samsung. Ach Quatsch, von Huawei für die SIM-Karten. Bei Samsung weiß ich nicht, ob sowas mit bei ist. Dann müssen wir auch gleich mal gucken, wofür das ist. Auch der ist wieder sehr gut eingepackt. Ich gucke erstmal in die Bedienungsanleitung rein. Auch die ist wieder englisch. Ich gucke mal schnell noch vom PC-Tisch meine Lesebrille. Die habe ich nämlich vergessen jetzt mit rüber zu nehmen. Ich bin heute ein bisschen verplant. Tut mir leid. Die Tage waren ein bisschen beschissen. Achso, der soll bestimmt für die Edit-Steuerung sein. Scaler, On-Off. Hier haben wir dann den HDMI-In, Power. Und hier haben wir Edit, 4K, 2K und Copy 1. Okay, also hier haben wir dann praktisch den HDMI, den Strom. Und hier können wir dann einschalten, ob wir 4K haben wollen, ob wir 2K oder Copy 1. Wir lassen natürlich auf Copy 1. Ich denke mal, das ist wie bei meinen anderen Produkten, die ich habe, wenn Copy 1 da steht. Hier ist der Eingang. Was hier reinkommt, geht genau so an beide Ausgänge weiter. Wir können natürlich auch auf 2K runter reduzieren oder 4K. Und dann geht auf beiden 4K oder 2K. Aber ich weiß jetzt nicht, ob da dann das HDR rausgefiltert wird bei 4K. Der Scaler, da muss ich mich dann selber nochmal belesen. Die Anleitung irgendwie versuchen wir ins Englische mit dem Handy ins Deutsche zu übersetzen. So ein bisschen, da können wir On-Off. Ich denke mal, müssen wir selber mal gucken. Auch dieser hat hier HDMI 2.0, HDR, 4K bis 1080p und Edit. Und HDCP 2.2 haben sie alle. Achso, hier bei Scaler steht. Achso, wir können den Scaler auf On oder auf Off machen. Ich denke mal, wir haben auch für 1 und 2 den Scaler. Für die Ausgänge. Dass wir zwar Copy rein und das an beide so ausgegeben wird. Und dass wir das dann nochmal scalen können. Dann müssen wir selber mal durchlesen. Ich habe es ja jetzt nur, um euch das zu zeigen. Weil die Produkte echt mega interessant aussahen. Und wie gesagt, es gibt ganz viele, die werben mit 4K. Und bei Amazon, hier hat 4K und so. Aber Leute, 4K nützt euch nichts, wenn es nur 30 FPS sind. Ihr wollt die komplette Power der Playstation ausnutzen. Egal ob 4 oder 5. Und wenn dann 60 FPS möglich sind, ja klar, machen wir doch. So. Jetzt kommt etwas ganz, ganz Geiles. So. Wir haben hier auch wieder ein User Manual mit bei. Und hier steht es auch nochmal. Optical Audio Output. 4K. 60 at 60. Also 60 FPS. 4x4x4. 8 Bit. Scaler Output. HDR. Und hier haben wir dann noch eine Fernbedienung mit bei. Und hier können wir dann, das kann ich euch vielleicht mal ein bisschen zeigen. Ähm. Ähm. Die Edit-Steuerung. Wenn wir jetzt zum Beispiel 1, 2 an. 3 aus. 4 an machen. Dann haben wir hier gesetzt. 4K. 60 FPS mit 4. Doppelpunkt 2. Doppelpunkt 0. Mit 5.1 Audio. 3D und HDR. Ähm. Path-Through. Ähm. Edit vom. Also wenn wir alles an machen, haben wir Path-Through. Also Path-Through heißt, das was reingeht, geht auch wieder raus. Also praktisch an beide. So werde ich es machen. Ähm. Edit vom HDMI Out B. Also praktisch, was auf A raus geht, geht auf B genauso raus. Und das werden wir auch machen. Wir haben auch dann noch HDMI Out A. Downscaling vom 4K zu 1080p. Dann haben wir noch, äh. Edit, äh. 1080p, 60 FPS, 2CH, 3D, HDR. Also selbst bei 1080p. HDR. Das ist für viele Nutzer oder Besitzer einer PS4 Slim interessant. Weil die neuen Generationen, die haben ja auch bei 1080p HDR. Das geht euch so nicht verloren. Das könnt ihr weiterhin nutzen. Ähm. Test Mode haben wir hier noch. Set Edit, äh. Set Edit. So. Wenn 1, 2 an. 3, 4 aus. Dann setzt das Edit auf 4K 60 FPS. 4 mal, äh. 4 dividiert durch 4 dividiert durch 4. 5.1 3D und HDR. Ja. Oder sowas machen wir. Müssen wir mal gucken. Wir werden da mal ein bisschen rumtesten. Ich werde euch das auf jeden Fall mal zeigen. Dass ihr euch da so ein bisschen vorstellt. Das macht es dem Gerät halt ein bisschen leichter, wenn ihr dem Gerät sagen könnt, was das machen soll. Und nicht auf die Geräte gehört werden muss, die am anderen Ende funken. Dann erkläre ich euch aber alles nachher. Da haben wir einmal den Matrix. Den werden wir uns auch gleich nochmal angucken. Ich werde auch zu jedem Produkt nochmal ein separates Hardware-Video machen. Also wir haben User Manual mit dabei. Im Gegensatz zu den zwei kleinen haben wir beim großen einen richtigen Strom. Kabel mit dabei. Also hier. Und hier können wir uns dann aussuchen. Wir haben hier zwei Adapter mit dabei. Einmal. Oh Gott. Das ist glaube ich. Mit dem Steg müsste glaube ich England sein. Ohne Steg Amerika. Oder? Also guckt euch das mal an. Also ich glaube das ist Großbritannien. Bin mir aber nicht sicher. Ich glaube es aber. So und das ist für uns in Deutschland interessant. Das werden wir jetzt hier einfach mal rein klicken. Ihr müsst auch da nur praktisch das hier in der Mitte rein machen. Also ihr habt hier oben so einen Kerben. Da müsst ihr das so ein bisschen so rein fummeln. So. Und dann einfach runterschieben und schon ist es dran. So. Dann haben wir hier. Das werde ich jetzt nur kurz zeigen. Werde ich jetzt nicht auspacken. Oh wir haben so ja mit dem Brand der Firma. Sieht man das? Ja. Mit dem Brand der Firma. Einen Kabelbinder. Was ich sehr interessant finde. Um die ganzen Kabel ein bisschen zusammen zu machen. Hier haben wir dann ein Klinkenkabel. Der hat hier vorne so eine Klinke. Und oben hat er. Warte mal. Ich zeige euch das mal so. Das ist so ein roter Bobbel. Das ist der IR Sensor. Das heißt wir haben den IR Sensor nicht am Gerät direkt dran. Sondern wir haben den IR Sensor separat. Hat den Vorteil. Wir können das Gerät uns so einstellen wie wir haben wollen. Hinterm Schrank verstecken. Wir müssen es nicht in der Schrankwand haben. Oder auf dem Lowboard drauf oder so. Das kann man im Schrank verstecken. Hinterm Schrank verstecken. Unterm Schrank verstecken. Ist vollkommen scheißegal. Wichtig ist nur dass der IR Sensor. Der wird hier hinten angeschlossen. An den Klinkel. Kommen wir nachher dazu. Den hochlegen. Dass er dann irgendwie auf der Schrankwand oder an der Seite irgendwo. Oder unten unter dem Fernseher herangeklebt. Oder so. Damit man ein bisschen Kontakt hat. Dann kann man mit der Fernbedienung steuern. So. Das ist halt das Wichtige. Wir haben auch hier so Kleber. Das sind so Klebefüßchen. Damit das nicht so viel, also nicht rutschen kann. Die haben wir mit bei. Und hier so Metall. Was man an die Seite festschrauben kann. Falls man das irgendwie an die Wand montieren möchte. Oder hinterm Fernseher an die Wand montieren möchte. Ist halt auch mit bei. Hier gibt auch noch eine kleinere Variante von dem. Deswegen. Zum Preis kommen wir nachher. Hier haben wir auch nochmal Klett. Da könnte man das praktisch mit Klett hinten rankleben. Und dann am Fernseher hinten rankleben. Oder an die Schrankwand. Und dann hält das durch Klett. Selbst dafür ist es gewappnet. Falls man nicht Schrauben bohren will. Oder keinen Platz zum Verstecken hat. Und das hinterm Fernseher kleben möchte. Selbst dafür ist es gesorgt. Und wir haben natürlich eine Fernbedienung. Die sehr spartanisch ist. Was aber gut ist. Wir haben halt praktisch nur zwei Felder. Ich zeige euch die gleich von nahen. Wir haben oben einen Anschalt Knopf. Und dann haben wir zwei Felder. Feld 1 ist HDMI 1. Feld 2 ist HDMI 2. Steht auch da. Und dann haben wir dann Zahlen von 1 bis 4. Auf beiden. Da können wir dann überall uns die HDMI´s auswählen. Die wir gerade haben wollen. Oder halt die HDMI´s mit den Pfeiltasten schnell durch wechseln. Das wäre auch möglich. Zeige ich euch mal von nahen. Das heißt ihr könnt jetzt zum Beispiel. Ihr habt die Playstation 4 auf 4. Und wollt die jetzt am Fernseher spielen. Macht er da 4. Und dann geht das wenn ihr auf Output 1 den Fernseher habt. Macht er 4. Da wollt ihr die Playstation 4 haben. Dass eure Frau spielen kann. Irgendwie Angry Birds oder was weiß ich. Ihr möchtet aber mit der PS5 die ihr euch auf Rang 1 gemacht habt. Am Monitor spielen oder was aufnehmen oder was weiß ich. Und habt dann halt den zweiten Output zum PC gelegt. Dann drückt ihr hier einfach die 1. Dann habt ihr auf dem Output B der zum PC geht. Die PS5. Und die Frau hat am Fernseher die PS4. Ihr könnt natürlich auch beides. Auf 4 drücken. Dann ist am Fernseher das gleiche Bild wie am PC. Das wäre natürlich auch möglich. So. Bei solchen Geräten hat da früher Ligavo immer ganz schnell mit bei. Leider gibt es Ligavo ja nicht mehr. So. Und dann haben wir jetzt das Gerät mal von vorne. Wir haben praktisch hier den IR Sensor. Also hier ist doch noch ein IR Sensor dran. Ich weiß nicht ob der denn auch. Doch der müsste auch funktionieren. Wir haben sie ja 2. Das sehe ich jetzt erst. Wir können den weglassen wenn man das sieht. Wenn man den verbauen wollen wo man nicht sieht. Dann muss man den IR Sensor anschließen. Also haben wir 2. Wir haben hier nochmal einen Knopf. Und hier einen Knopf. Damit können wir praktisch Output A, Output B auch händisch wechseln. Falls die Batterie mal leer ist. Wir haben hier ein Setting. 1 bis 4. Alle sind jetzt nach oben gemacht. Und hier haben wir dann noch für Software Updates. Haben wir noch so einen kleinen Mini USB. Da können wir dann Software Updates ausspielen. Falls welche mal kommen sollten. Und hinten. Großer Highlight bei dem. Im Gegensatz zu dem kleinere Modell. Was auch gut ist. Aber ich wollte unbedingt dieses Modell um euch das zu zeigen. Deswegen habe ich bei Amazon dieses bestellt. Und nicht die kleinere. Weil 2 fliegen mit in der Klappe. Wir haben hier 4 Eingänge. 2 Ausgänge. Eine ist hier mit einem Pfeil versehen. Und zwar Output B. Da müsst ihr dann ein bisschen darauf aufpassen. Wenn ihr eure Geräte anschließt. B ist der Hauptoutput. Also B muss euer Hauptoutput sein. Muss nicht. Kann. Aber. Um es zu erleichtern. Weil was auf B raus geht. An Bild. Das wird auch vom Ton her. An den Optischen. Der sich hier daneben befindet. Abgegeben. Jetzt sieht man vielleicht die Pfeile. So. So. Das wird wahrscheinlich auch eine Anleitung drin stehen. Optical Out. Hier ist dann für den ER Sensor. Der Klinke. Und dann könnt ihr jetzt. Es ist jetzt zum Beispiel auch interessant für. Wenn ihr mehrere Konsolen habt. Und ihr gerne halt noch PS3 spielt. Ihr wollt eure PS3. Eure PS4. Eure PS5. Und eure Switch anschließen. Schließt ihr die hier an. Und könnt die dann an die Capture Karte weitergeben. Und gleichzeitig am Fernseh. Dass wenn ihr mal nicht streamt. Und einfach mal so spielen wollt. Oder ein Kumpel vorbeikommt. Geht es immer noch zum Fernseh. Damit ihr Bild und Ton am Fernseh habt. Und nicht immer den PC anmachen müsst. Bei einer eingebauten Capture Karte. Das Press-Through. Das funktioniert. Aber so müsstet da zum PC ein HDMI hin. Und wieder ein HDMI zurück zum Fernseh. Beziehungsweise der ist ja dann belegt. Weil ihr ja hoch zum Monitor geht. Weil ihr ja das Spiel groß haben wollt. Das steht auf einem anderen Blatt. Oder wenn ihr jetzt zum Beispiel diese Philips Hue Box holt. Und ihr wollt euch so ein LED um den Fernseh packen. Oder diese LED Kugeln oder so habt. Die Philips Hue hat nur drei glaube ich. Wenn ich mich richtig gelesen habe. Drei HDMI Anschlüsse. Ja. Und von da aus geht er dann zum Fernseh. Wenn euch das zu blöde ist. Von der Philips Hue dann zum Fernseh zu gehen. Oder so. Oder ihr habt da Probleme. Weil weiß weiß ich warum. Gibt ja auch so wie bei meinem. Wie heißt meins jetzt gleich wieder. Ich habe auch so ein Ambilight. Aber halt auch wie heißt die Firma gleich wieder. Dream Screen. Die gibt es jetzt nicht mehr. Dream Screen. Und da habe ich halt nur drei HDMI Anschlüsse. Ich bräuchte aber vier. Oder fünf. Nimm ich einen HDMI Anschluss dafür für dieses Gerät. Habe vier. Zwei sind noch dran. Habe fünf und sechs. Wäre für alle gewappnet. Hat den positiven Vorteil. Ich kann vier Geräte anschließen. Kann die zum Fernseh machen. Und gleichzeitig zum Dream Screen. Weil mein. Zum Beispiel. Kann ich euch aus Erfahrung. Berichten. Ich mach mal kurz hoch. Bei meinem Dream Screen. Ist es zum Beispiel. Dass. Die. Der HDMI. Der vom Blu-ray Player. Also 4K Blu-ray Player. Zu Dream Screen geht. Da ist das Bild ab und zu weg. Also ich habe kein Bild. Oder es springt einfach auf dem anderen HDMI Port um. Oder macht den Blu-ray Player aus. Oder so. Hatte ich auch schon mal. Aber wenn das Bild weg ist zum Beispiel. Der Dream Screen funktioniert noch weiter. Der Blu-ray Player läuft auch weiter. Aber ich habe kein Bild. Das ist aber nur bei dem MP3. Äh. Nur bei dem 4K Player so. Hiermit werdet dann zum Beispiel so. Ich mach die beide zum Dream Screen. Also einen zum Fernseher. Einen zum Dream Screen. Ich könnte das so ja runterscalen. Auf 1080p. Und hätte dann praktisch das was zum Dream Screen geht. In 1080p. Ich habe ein 4K Dream Screen. Das ist egal. Aber es wäre möglich. Und auch dieser unterstützt. HDMI 2.0 mit HDR. Äh. Audio DM. Äh. Embedded. Also dass er hier das Audio rausholt. Äh. Und skaliert von 4K bis 1080p. Also von 4K auf 1080p runter. Hier unten haben wir es auch nochmal stehen. 4x2 HDMI. 2.0 Matrix. 4K at 60. Für 4K 60 FPS. 4 dividiert durch 4. Dividiert durch 4 HDR. Das sind halt diese Bildstandards. 4x4x4 und HDR. Ich zeige euch das nochmal. Dass ihr das seht. Und darauf bin ich sehr stolz. Die gefunden zu haben. Äh. Die Produkte. Weil ich habe schon seit längerem. Seit. Etwa einem Jahr. Knapp ein Jahr suche ich. Nach einem. HDMI Matrix. 4 zu 2. Mit 4K. Und HDR. Und 60 FPS. Das Problem bei vielen ist. Es gibt 4K. Äh. 60 FPS. Ohne HDR. Es gibt welche mit HDR. Es gibt aber halt. Denn ohne Edit-Steuerung. Dann wird was rein geht. Geht raus. Aber halt nur einmal. Die die. Zwei Ausgänge haben. Wie der jetzt hier zum Beispiel. Die haben. Habe ich auch gefunden. Für 299. 329. Und. Ähnliche Preise. Kann ich euch auch in die Videobeschreibung packen. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Ich habe mir die alle bei Amazon in meiner Wunschliste gespeichert. Falls es die noch gibt. Kann ich es euch verlinken. Und der. Kostet. Sage und schreibe. 79 Euro. Ich kann euch das. Wir werden das jetzt auch gleich nochmal durchgehen. Ähm. Ich muss da einfach nur auf meine Amazon. Ach Gott. Wo habe ich denn jetzt Amazon wieder hingepackt. Da. Weil viele fragen ja dann immer nach dem Preis. Meine Bestellungen. So. Und zwar. Wir fangen jetzt mal mit dem Matrix an. Den. Der. Matrix. Den habe ich gekauft. Bestelldaten. Anzeigen. Und Black Friday ist hier auch bald wieder. Der. Achso. Ich habe ihn für billiger gekriegt. 6 Euro. Geschenk. Achso. Bei. Jetzt aufladen. Also jetzt kostet dann 89,99. Ich glaube ich habe aber weniger bezahlt. Bestelldetailsanzeigen. Ich glaube ich hatte einen Gutschein. Also nicht ein Gutschein. Also da war unten wieder so ein Ding zum Anklicken hier. So und so viel Prozent. Ich gucke gerade mal nach. Ähm. Ich kann mich aber auch irren. Achso. Das sehe ich jetzt hier wieder nicht. Ist ja wieder doof. Ne. Ich sehe die Preise. Ne. Ne. Ich habe auch 89 Euro. Dann. Der. HDMI 2.0 Audio Extender. Unterstützt 4K. 60fps. Bla 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 bla. Was ich euch gezeigt habe. Also. Der das optische Signal abgreift. Da gibt es jetzt. Aktivieren wir gleich nochmal. Äh. So ein 5% Gutschein. Ich habe ihn jetzt nochmal aktiviert. Der ist immer noch gültig. Da könnt ihr dann 5% sparen. Also der kostet 27,99 Euro. Und der 1 zu 2 kostet 39,99 Euro. Achso. Die werden mir nicht angezeigt. Weil ich das alle zusammen bezahlt habe. Das wurde am Ende der Bestellung abgezogen. Achso. Ja. Das ist bei Amazon manchmal blöd. Ähm. Der kostet 39. Ja. Das ist mit einem Herz versehen. Weil ich habe mir die markiert natürlich. Weil äh. Bei dem Preis. Und äh. Bei dem was die können. Da muss man zugreifen. Und weil ich ja sowieso. Noch ein paar Tutorials machen wollte. Für euch. Habe gedacht. Das ist die. Sinnvolle. Möglichkeit. Ähm. Ich werde euch jetzt nochmal schnell erklären. Für warum und weshalb. Und. Für wen was ist. Oder für wen was. Interessant ist. Ist ein bisschen längere. Unboxing ist jetzt nicht nur ein Unboxing. Ist jetzt auch gleich mit Tipps und Tricks. Scheiß egal. Ich schreibe Unboxing drin. So. Wie gesagt. 4 zu 2. Mit. Downscaling. Ihr könnt. Äh. Das optische Signal abgreifen. Ihr habt 4K. 60 FPS. HDR. Mit 2 Ausgängen. Wie gesagt. Ist für Leute interessant. Die vielleicht zum Beispiel. Ein Fernseher und ein Beamer betreiben wollen. Oder. Viele. Äh. Zum Beispiel. Ähm. Kann man ja auch hier. Downscalen. Ein HDMI. Kann man ja runterscalen. Auf 1080p. Wenn ihr zum Beispiel. Einen älteren. AV Receiver habt. Der zum Beispiel. Kein 4K kann. Dann könnt ihr. Den. Ein Output. Runterscalen. Auf 1080p. Dann geht der. 1000. Äh. Der 4K. 60 FPS. HDR. Immer noch zum Fernseh. Und der andere. Ausgang geht dann halt. Zu dem. AV Receiver. Der nur 1080p kann. Und so könnt ihr trotzdem. Eure Audio Geräte benutzen. Für die Leute. Ist es vielleicht interessant. Für Leute wie mich. Die jetzt eine Capture Karte betreiben. Aber trotzdem. Auch mal mit der. Mit der Tochter. An der Playstation sitzen. Und zocken. Oder. Familienabend. Wenn die Switch dann läuft. Und so. So ein bisschen. Sowas halt. Da ist das interessant. Einmal zum Fernseh. Einmal zum PC. So. Da kommt der andere. Auch gleich noch ins Spiel. Ähm. Erkläre ich euch dann. Aber noch genauer. So. Dann. Haben wir hier. Den. Der. Der. Euch das Audio abgreift. Praktisch. HDMI Eingang. HDMI Ausgang. Und optisch wird abgegriffen. Das ist für Leute interessant. Die jetzt zum Beispiel. Eine Dolby Anlage haben. Eine. Mit einem optischen Anschluss. Oder ein Headset haben. Mit einem optischen Anschluss. Die. Zum Beispiel. PS5. Oder PS4 Slim. Bieten ja nicht mehr. Den optischen Anschluss. Die ist ja weg. Da macht ihr einfach. Von der PS4 Slim. Den HDMI hier rein. Von hier zum Fernseh. Und den optischen. Macht ihr einfach zu eurem Headset. Könnt ihr machen. Ja. Ähm. Ihr könnt natürlich auch. Wenn ihr schon zum Beispiel. Einen. HDMI Verteiler habt. Der 4K 60 FPS kann. Aber kein optisches hat. Und ihr wollt keinen 4 zu 2. Oder 9 holen. Weil ihr mit eurem zufrieden seid. Holt ihr euch einfach die kleinere Lösung. Und macht einfach von eurem. Ähm. HDMI Verteiler. Den HDMI raus. Der zum Fernseh geht. Macht einen neuen HDMI zwischen. Ihr klemmt den zwischen HDMI Verteiler und Fernseh. Signal geht rein. Signal geht raus. Und ihr habt. Ach hier ist er. Und ihr habt einen optischen. Den ihr dann zur Anlage peitschen könnt. Für die Leute ist das interessant. Denke ich mal. So. Jetzt. Kommen wir zu dem anderen. Also wie gesagt. Ich werde zwei davon. In ständiger Verbauung haben. So. Und zwar. Den Matrix. Und den. Den ich euch jetzt zeige. Den wir vorhin gesehen haben. HDMI Eingang. HDMI Ausgang. Zwei Stück. Und. Auf Copy werde ich den auch lassen. 4K 60 FPS. Ich will ihn ja testen. Und zwar kommt der hier am PC ran. Jetzt fragt ihr euch warum. Du hast ja am Fernseh. Ein 4 zu 2. Einmal zum Fernseh. Einmal zum PC. Ja. Aber ich persönlich. Finde es nicht schön. Wenn. Mein HDMI vom Fernseh. Gleich in den PC geht. Beziehungsweise in die Capture Karte geht. So wie hier. Rein. Und auf der anderen Seite raus. Zum Monitor hoch. Ähm. Klar habe ich dann ein Monitor Bild. Aber. Jetzt kommt das große aber. Wenn ich. Zum Beispiel. Im Playstation Menü bin. Und da bin ich ja öfters drin. Ich starte. Ich starte ja die Streams. Vom Playstation Menü aus. Oder. Entscheide mich dann noch. Was anderes zu spielen. Oder. Gehe zurück. Deaktiviertes Spiel. Gehe in ein neues Spiel rein. Sobald. Weil das Menü ist nur 1080p. Das 4K Spiel startet. Überprüft die Capture Karte. Hey. Können alle Geräte. 4K. 60 FPS. Das heißt. Das Bild wird schwarz. Mit einem. So einem silbernen. Menü. Also mit so einem silbernen Schriftzug in der Mitte. Dass es überprüft wird. Oder dass gerade keine Verbindung ist und so. Und dann prüft die Capture Karte. Hier kommt 4K. 60 FPS rein. Der PC kann 4K. 60 FPS aufnehmen. Die Capture Karte ist ja bereit. Sag ich bin bereit. Aber was ist mit dem Ausgang. Dann guckt er oben beim Monitor. Der kann 4K. 60 FPS. Also. Können wir das praktisch. So lassen. Aber wir haben halt für. Eine Sekunde oder so. Manchmal auch zwei. Ein schwarzes Bild. Das finde ich nicht schön. Und vor allen Dingen nicht im Stream. Deswegen habe ich bei mir. Jetzt schon zwei Verteiler dran. Und ich werde das weiter so belassen. Dass der Matrix praktisch am Fernsehen kommt. Und der kommt praktisch. Hier geht der denn. Der vom Matrix kommt rein. Und hier geht es dann einmal. Ein Output zur Capture Karte. Und einmal ein Output hoch zum Monitor. Hat den Vorteil. Weil ich diesen ja festgelegt habe. Auf Copy. Das heißt. Was rein geht. Geht auch so raus. 4K 60 FPS. 1080p. Scheiß egal. Was rein geht. Geht raus. Der Monitor gibt es so wieder. Der hat eine schnelle Umschaltzeit. Die Capture Karte. Nimmt so oft wie es kommt. Hat aber den Vorteil. Die Capture Karte muss nicht überprüfen. Ob das was raus geht. Der Bildschirm kann. Das heißt. Dieser schwarze Bildschirm. Bleibt aus. Weil ich diesen umgelegt. Rein in die Capture Karte. Raus aus der Capture Karte. Umgehe. Sondern vor der Capture Karte. Noch mal einen Splitter mache. Einmal für Capture. Einmal für Bildschirm. Das ist eigentlich das Ganze dahinter. So. Oh Gott. Das war jetzt auch glaube ich ein bisschen lang. Aber das wird wahrscheinlich nicht nur ein Unboxing. Ich denke ich mal. Ich werde es Vorstellungsvideo nennen. Oder so. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich bin mir noch nicht sicher wie ich es nennen werde. Ich muss auf jeden Fall zu jedem Produkt nochmal ein einzelnes Video machen. Weil es bringt ja nichts. Wenn einer jetzt nur das kleine Gerät sucht. Oder nur den großen. Dass er halt dann hier das ganze Video. Was bestimmt jetzt auch schon wieder 20 Minuten ist. Guckt. Ich hoffe ich konnte euch damit jetzt erstmal helfen. Ich werde jetzt gleich noch mehr Videos dazu machen. Bleibt gespannt. Wenn ihr da noch Fragen habt. In die Kommentare posten. Ähm. Ich weiß. Dass hiervon glaube ich. Ich habe den Hersteller nämlich mal gefragt. Ähm. Was jetzt auch. Wie es jetzt aussieht. Weil die PS5 ja. Äh. 2.1 hat. Also HDMI 2.1. Ähm. Genau. Duft da und konnt da mir nicht sagen. Ich muss das auch mit Englisch Übersetzer übersetzen. Also kann auch sein. Dass der Übersetzer Scheiß gebaut hat. Aber es soll wahrscheinlich eventuell. Irgendwann nächstes Jahr. Davon. Von dem Matrix. Ein Update geben. Der dann wahrscheinlich sogar. Äh. HDMI 2.1 hat. Aber. Genau davon konnte er mir das nicht sagen. Wann ist das ja. Es steht ohne Sterne. Also. Von daher. So. Ich bin dann jetzt mal weg. Ich hoffe wie gesagt. Hat euch gefallen. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin. 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 Bis zum nächsten Mal.